hallo meine lieben freundinnen und freunde der erfolgsmusik herzlich willkommen zu let's play resident evil 4 folge nummer 5 und wir sind im kapitel 1-3 nur um das hier mal und schau schickes zimmer ja also ja das wollte ich noch sagen schau mal amenhotep also ich weiß nicht wie man das pronounced oder ausspricht betoniert betont hier die schreibmaschine schau her schicke schreibmaschine amenhotep steht da und ich dachte mir dass es garantiert irgendein ägyptischer pharao oder sowas ist und muss ja irgendwo hotep das ist bestimmt irgend so also ein ägyptischer dabei den pyramiden ein pharao gewesen und jetzt habe ich mal gegoogelt tatsächlich amenhotep auch als hui bezeichnet war der nördliche visier unter pharao amenofis dem dritten amenofis in der altägyptischen 18 dynastie hoch hoch altägyptisch stasche er amtierte etwa zeitgleich mit ramose und so weiter zu seiner person ist nicht viel bekannt sein grab wurde erst 1978 entdeckt gut und der hat anscheinend auch schreibmaschinen gebaut der gute altägyptische visier ein visier was immer das sein und ich habe auf die karte geguckt gut das ist das schöne bei den neuen spielen oder ja schön oder nicht schön kann man darüber streiten dass man eine karte hat und sieht wo man das ist das rote blinkt da muss ich hin früher also wir haben ja kürzlich die die alten resident evil spiele gespielt da gab es keine karte und hier steht jetzt wo ich hin muss und alles also wunderschön eingezeichnet wunderbar ja wir müssen zu dem roten punkt allerdings all things allerdings schau mal sind da noch schätze siehst da wo es braun hellbraun ist da können wir hin schätze die die schauen wir noch mal ob man die einsammeln können und ich habe ich habe hier schon versucht ich wusste ja ich habe hier schon zwei minuten schon mal voraus gespielt der hat eine uzi oder ist das eine uzi ich komme mit der steuerung immer noch jetzt kommt ja scheiße jetzt kommen die hatte aber ich musste erwarte jetzt laden wir noch mal warte jetzt lade ich noch mal weil jetzt habe ich es wieder vergeigt warte oder versuche der ladenspieler laden wir noch moment aber ich muss mal ein bisschen leiser stellen leiser stellen leiser minnelli die kennen wir ja laden wir noch mal weil ich bin auch rauf gewatschelt noch mal jetzt war schon mal also schießen damit jetzt erstmal jetzt war schon mal noch mal rauf man könnte auch kommen aus dem fenster springen da kann man sehen ich bin doch mal rauf gewatschelt jetzt warte und guckst du was da passiert schau mal das wollen wir auch noch mitnehmen warte immer darauf watschelt genau das nehmen wir auch noch mitkommen daher was da passiert achtung wenn man jetzt da reingeht öffnen guckst du achtung das wollte ich dir auch noch zeigen achtung das ist wieder der rasputin oder wieder heißt schau 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 wir sind dies ob laura kocht das ist laura kocht oder laura kocht geschworte das ist terence hill der lebt noch oder terence hill kann ich jetzt daraus springen prüfen auch prüfen frau in roa ja gut dass man wo man in red der berühmte film mit dem jean wilder wo man in red frauen rot irgendwie sehr vertraut nee wir waren laura kocht oder prüfen da kommt es immer ja ja komm jetzt warte weg jetzt das war die und geht es noch hin da kommen noch weiter watscheln wo geht es denn da noch nie da geht es wieder runter wo geht es denn da da geht es wieder raus also wir müssen aber dadurch ach da geht es wieder zu dem händler haben wir müssen aber dahin ist weil da ist das rote da müssen wir dann wieder in das dorf das ist das dorf oder wo da waren wir am anfang hatte man mal größer da oben ist der beginning und dann waren wir da in dem dorf und da oben noch da müssen aber noch ein schatz holen ja da sind noch schätze die da schauen wir mal und dann müssen wir da in das rote rein wo der rote punkt blinkt siehst du gut siehst du so eine karte gab es früher nicht also wir müssen wieder rein also dadurch und jetzt kommt der mit der motorsäge oder warte wo geht der jetzt kenne ich mich schon wieder nicht mehr aus entschuldigung und den schrank den schlüssel da war der schlüssel den haben wir schon oder den brauchen wir und jetzt immer wieder dadurch hoppla und noch mal dahin ich kenne mich schon wieder nicht mehr aus ich kenne ich alles zur schreibmaschine genau und jetzt müssen daraus dann kommt der motorsägen typ da war so ein ei drin fragt mich bitte nicht für was das ei gut ist da war dich da ist die amen hotel schreibmaschine da ist ein esstisch ernähren sich wie normale menschen ja ich ernähre mich auch so ja das ist ganz normal hier und wenn wir jetzt da rausgehen gespeichert haben wir sagen wir noch mal ne wurscht warte ich muss ich mit der maus ziehen dann jetzt weil jetzt kommen wieder böse oder jetzt müssen wir da raus oder gut kapitel 13 kann ja nicht so schwer sein kaffeepause heute ist der 30 12 2016 ich sag das mal so weil morgen silvester ist wahnsinn ich wollte dieses jahr noch 1000 videos voll kriegen schaffe ich aber nicht mehr weil ich habe erst 838 videos dieses jahr werde ich so nicht mehr schaffen mit den 1000 kaffeepause jetzt gehen wir da raus und schauen wir mal dann sehen wir schon jetzt war so macht da hinten sind böse das ist der mit der kettensäge gut den wollen wir aber nicht der steht wieder auf die sau was muss man mit dem machen die stehen alle wieder auf das ist unfair das gilt halt nicht die stehen immer wieder auf wieso stehen die auf die kreis die kreis die kreis die kreis 20 kreis ach komm da kommt erzten ende musikende das kann mir keine sauer klären tschuldigung bitte nicht anrufen warum ich so viel munition habe gell bitte nicht anrufen weil ich will hier das spiel spielen ich will nicht ständig munition sammeln und dann abkacken weil ich keine munition mehr habe also deswegen bitte nicht anrufen au du hältst oi da schau her wieso rubin weiß keine sau äh jetzt gehen wir doch einfach weiter oder jetzt müssen wir zurück ins dorf aber ich schau noch mal schnell da mit den schätzen das themm ich halb schwer interessieren schätze ist das jetzt nur kohle oder warte kommt da schon einer ach 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 da ist schon wieder einer bitte nicht anrufen ey da kommt die mutter die gute mutter holt die butter oh ne jetzt nicht mehr ach du scheiße was tut da so das ist munition oder die brauchen wir nicht ne die brauchen wir nicht ne das ist kohle ne du hältst pesetas was ist da drin warte ding ah das brauchen wir auch nicht komm ja nicht anrufen bitte ich will das spiel spielen und als let's play weißt du es ist ja als let's play auch wenig produktiv wenn aber schau mal oh ne da hinten stehen die alle wenig produktiv die stehen einfach da lassen wir die stehen machen wir kaffeepause wenig produktiv wenn ich drei stunden brauch für einen kettensägenmörder äh das langweilt dich und langweilt mich oder wir wollen ja das spiel sehen also du ich will ein spiel äh sehen spielen also nicht ewig äh da rumkämpfen deswegen erschießen wir die jetzt oder die warten geduldig hey die mutter die gute mutter muss man was muss man da im kopf schießen aha im kopf schießen ja bitte nicht mein gott es ist ein pixel ding ich erschieße nicht wirklich jemanden weil äh und und ich hab auch im echten leben hab ich andere hobbys muss ich jetzt bemerken äh dass ich im echten leben andere hobbys ob nee das wollen wir nicht äh wo bin ich denn äh jetzt sind wir jetzt geht's wieder ins dorf siehst du und da müssen wir rein da haben wir jetzt den schlüssel aber ich will sie nochmal schnell die schätze das team mich interessieren was du schätze ist das jetzt nur kohle sie haben die türen regelt and now ach komm da sind wieder viele komm das ist das gilt mich auch scheiße hey wie soll's denn die wie soll man die ohne wie soll man die ohne großartig munitions äh akkum ach ja komm ää hee 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 und da sind die che uma tue ee hea hee 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 h schön THERE MÖS HRIE HEAreH ich drücke mal das falsche tschuldigung da ist aber immer noch musik also kommt da noch einer was ist denn das alles der käse war jetzt immer wieder im dorf wie sind die alle aber da ist hinter mir der böse da scheiße auf der wirft mit der der böse der ist immer noch wort da sind immer noch wo sind die die steuerung ist ein bisschen blöd da oben ob noch erwarte jetzt zu im karton kaffeepause es ist fünf uhr früh in der 23 kaffeepause ich gehe jetzt mal da in das worte wo ist denn das also wir müssen da in das ding ich will jetzt aber du willst du noch mal dahin ich will wissen was du mit dem schatz ist das wollen wir jetzt noch mal müssen kommen weil ich habe die schatzkarte gekauft da da ist die schatzkarte da ist die da sind schatzkarte das mit sich noch mal wissen was das ist gibt mir da irgendeinen bonus oder ist es nur kohle öffnet kann jetzt öffnen oder warte ist da musik hat es gerade da da hinten da ist die böse kuh die hat mich schon mal getreten die böse kuh das muss jetzt da drin sein hinten da auch bekommen da rein auch scheiße da komme ich da im nebenraum links in dem war komme ich da gar nicht rein warte da rein wie komme ich denn da hin da das ist gar worte ganz da müsste ich da da ist die tür durch irgendwo da bin ich jetzt hier falsch da müsste ich davon rum da da ist aber nicht da am dach oben oder so warte gehen wir mal da außen rum das will ich jetzt wissen mit dem schatz oh oh äh da da irgendwo warte da oben jetzt oder wie warte da hinten da drin da müsste ich da rein ach da warte da drüberschränkungen da drin jetzt so wie da drin garantiert das worte schieben ja da schieb konkurrenz kann ich nicht schieben so kann ich nicht schieben da ist der dinge wie komme ich in der reine kommt sieb junge da darum worte da geht es aber auch nicht rum da 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 komme ich nicht rein komm ich da nicht rein da oben runter irgendwie oder so warte da muss ich jetzt wieder oben rauf oder das will ich will ist schuldig ich will das jetzt aber wissen was der schatz macht das muss darauf klettern oder worte aufgete und dann daraus oder so irgendwie oder drüberspringen jetzt da runter warte runter jetzt bin ich da drin erwartet da ist er jetzt irgendwo da warte prüfen das ist eine holzkiste sie kann zerstören warte nehmen ist das der schatz du erhältst bierstein das ist toll das war das jetzt der schatz das ist der schatz bier bierstein wo sehe ich denn den bierstein was mache ich mit dem ist aber irgendein schatz warte schlüssel schätze da ist schlüssel schätze schlüssel schätze sechs mal den da einmal den test das krieg ich was wissen mit dem untersuchen bierstein an der seite oder drei ausfüllungen wo zieht wozu die wohl gut sind das ach du scheiße wenn ich die schätze alle haupt was kriegt dann das ist auch ein ding mit drei kerben in die ach du scheiße muss ich das jetzt kombinieren mit den anderen steinen da oder wie warte kombinieren mit aha muss ich das dann mit dem geset geht geht nicht gibt es nicht das kann mit nichts kombinieren kann ich das mit ihr warte kann ich das mit irgendwas kombinieren aber ich hab's mal na gut also jetzt muss ich den schieben sonst komme ich ja nimmer raus ach so jetzt komme ich dann immer raus gut aber wir haben einen schatz sind die anderen schätze hatte da ist noch einer ja wenn ich die schatzkarte abkommt da ist jetzt sonst nix mehr händler speicher ich bin hier du bist da da ist noch ein schatz die der an den komme ich nicht dran der ist von der anderen aber an denen komme ich noch an zwar jetzt muss ich da weiter watscheln ja komm das machen wir wenn wir schon da sind dann machen wir das hoffentlich kommt jetzt kein quicktime event warte wieviel haben wir in 10 minuten haben wir noch bin ich jetzt richtig da war das quicktime gut jetzt warten wir weiter hoffentlich sagt keine falle mehr da war der das quicktime event da ist ein böser hinter mir oder wo ist denn da ein böser da ist ein böser da oben waren auch schätze also dort das ist der schicke tunnel kommt ist da eine falle auch das sind flieger und da jetzt irgendwo worte da liegen ohne weiter in dem haus drin da in dem haus drin das nächste dort drin da drin ich stehe daneben worte da konnte es das kann nicht sein da ich die flühe wo ist es am baum oben das ist am baum wo ich krieg viel oder worte das hat sich doch genug ja gut da ist einer dass sie gut da ist sie gut drin aber es ist kein gegner weil sonst wäre hier schon schnell reise da müsste noch eine schnellreise geben oder speicher speichern speichern das könnten wir irgendwo wo ist ein speicher da ist ein speicher warte ne wobei ja wenn wir jetzt da reingehen dann ist da auch ein speicher da müssen wir rein dann können wir da auch speichern oder dann gehen wir da rein jetzt ist schnellreise das wäre gut also jetzt watscheln wir da rein und speichern und dann haben wir wieder ein video voll hoffentlich kommt jetzt kein kein nervous breakdown dass ich hier ab gehe abgang habe ich erwähnte ich bereits dass es sich um ein horrorspiel handelt jetzt gehe ich mich nicht mehr aus jetzt müssen wir in die noch weiter hoppla da jetzt auch durch da komm warte da bin ich jetzt wieder bei der kuh nee da nicht bei der kuh nee falsch jetzt habe ich mich falsch verlaufen schau ja damit da ist das Tor oder Wahnsinn eigentlich müssen wir das alles noch untersuchen da ist überall Zeug drin aber so wahnsinnig wichtig wird das dann Munition und Käse jetzt sind wir wieder im Dorf schickes Spiel und jetzt müssen wir da in die Tür rein oder und da ist aber eine Speicherkacke oder äh gell schau her was erwartet mich oh wei da kacke ich jetzt ab Quicktime Event oder oh oh lässt sich nicht öffnen da ich habe doch den Drecksschlüssel an der Tür sind den Schlüssel jetzt verwenden oh jetzt kommt kommt ein Quicktime eine Schreibmaschine sonst ist da nix oder? nee kohle kohle äh pesetas wie ist da der Wechselkurs? hockt da einer? entschuldige da können wir jetzt speichern aha Gott sei Dank können wir jetzt speichern komm 1 3 äh ja entschuldigung sechs Minuten haben wir noch da speichern wir erfolgreich mhm 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 man kann ich glaube man kann hier jetzt quasi ohne Lösung ich muss einfach da durch jetzt oder? weil wir haben dann eine schicke Karte oh da ist ein Schatz he he Händler oder? warte jetzt muss ich einfach der Schatz da komme ich von der anderen Seite erst hin und jetzt muss ich da aha einfach mal weiter oder? ach du scheiße jetzt kommen wieder Füße und alles oh da ist eine Lampe hä also muss man die schießen kann man die schießen au hoppla oh oh ah da ist was drin na das denke ich mir schon ja alles abschießen da ist Munition drin da war aber nicht da war was drin ah du hältst einen Käse ja ja da muss man schauen das schreibe ich mir nochmal mit der Maus die Sendung mit der Maus das ist nur Munition oder? Jackass nein T Jack Jackal ach du schon Wahnsinn jetzt ist es nur da runter oder? oh 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 herunter warte äh ich speichere nochmal meine Munition äh mein Ding ab da sonst weil jetzt kommt wieder was Böses sonst muss ich das wieder nehmen komm äh da speichern wir jetzt drüber oder? zwölf da speichern wir drüber speichern dann überschreiben ja so freunde sonst muss ich nochmal das Ding nehmen da in der Lampe gell vier Minuten haben wir noch schicke Musik jetzt geh mal da runter siehste jetzt ist die Lampe weg jetzt gehen wir da runter geh runter komm hä aaaa ja geh halt jetzt au warte erwähnte ich bereits dass es sich... um ein Horrorspiel wo gehts denn untersuchen ne augen ohohohoh ohohohoh das kam die Kerze nee songhaft jetzt bin ich gleich am Arsch warte Jetzt kommt irgendwas witziges. Da ist ein Schatz. Wo ist denn der? Da um die Kurve links. Au, warte. Hoch, hoch, hoch. In der Lampe? Ne, da ist eine Lampe, die schießt man kaputt, oder? Da oben ist auch ein Ding. Da ist, warte, kein Ding. Da oben ist ein Ding. Warte, da ist ein Ding. Noch so ein Ding, Augenring. Komm. Äh, kann das nicht untersuchen. Komm. Ah, ich krieg Flügel. Ding. Was ist denn das? Nichts mit Soße. Da oben ist überall Zeug, die ich krieg Flügel. Wie krieg ich denn das? Muss ich hinschießen? Ah, nee. Ah, du hältst elegante Kopf... Oh, nee. Das ist eine elegante Kopfverdeckung. Ja, das kenn ich. Das hab ich auch. Im Schrank. War das jetzt da schon? Warte, da ist ein... Ah, da ist alles voller Schätze. Ich krieg Flügel. Ich krieg Flügel. Noch eine elegante Kopfverdeckung. Spinel. Spinat. Das ist Spinat. Warte. Spinat. Beng. Muitionsspant. Noch ein Spinat. Was kann ich mit dem ganzen Spinat? War er jetzt an der Decke? Gehen wir mal zurück. An der Decke war sonst nichts mehr, gell? Oder so. Da sind wir hergekommen, oder? War das jetzt, der Schatz? Komm. Ein Spiel, das... Da ist ein Händler. Ein Spiel, das Rätsel aufgibt. Jetzt gehen wir zu dem Händler. Jetzt haben wir alle Spinate. Was ist die Mehrzahl? Die Mehrzahl von Spinat ist... Spinat... Spinät... Spinätten. Weiß das einer? Mehrzahl von Spinat gibt's, glaub ich, nicht, oder? Wahnsinn. Da ist ein Händler. Kannst... Au! Au, nee, 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 nee. Ach, das ist der Händler. Händler. Gut, da schalte ich jetzt wieder ab, oder? Nee. Au, der hat alles... Ach, hallo. Faktualisiert. Oh, nee. Das machen wir noch schnell, oder? Kaufen. Mhm. Und, fremder Glück mit den Medaillen gehabt. Denk daran, du musst zehn oder mehr treffen. Äh... Ach, das sind diese, äh, blauen Dinger, die... Na, da hab ich erst sieben, glaub ich, oder? Schaut, das haben wir jetzt alles schon, gell? Das haben wir schon. Schau, 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 schau. Filterschütze. Die... Kaufe ich jetzt. Oh Gott, die krieg ich nicht rein. Leckt mich doch am Arm. Warte. Jetzt muss ich... Äh... Filterschütze. Hier brauche ich zwei Dinger. Nehme ich mal so ein grünes raus. Warte. Grünes raus. Und noch ein grünes raus. Und dann... Muss ich das ordnen, warte. Das jetzt darauf. Und dann krieg ich die Schulterstütze rein. Äh... Warte, die muss man drehen. Wie geht denn die rum? Wurscht. So. Da geht's jetzt rein, oder? Ha! Muss ich die kombinieren, oder wie? Irgendwie. Fertig, oder? Für was sind denn die Eier gut? Das weiß keine Sau. Ja. Alle Objekte außerhalb... Außerhalb des Koffers ablegen, ja. Hehehehe. Thank you. Oh, Erste-Hilfe... Ne. Warte, jetzt haben wir da alles. Äh... Das Erste-Hilfe... Schulterstütze. Warum? Die hatten wir doch schon. Also... Achso. Erste-Hilfe-Spray stellt... Ne, das brauchen wir nicht. Jetzt haben wir alles wieder hier, oder? Erste-Hilfe... Bitte jetzt nicht anrufen, warum ich so viel PC-Tast hab. Bitte nicht anrufen, oder kommentieren. Weißt du, ich hab grad so einen lustigen Kommentar wieder gekriegt. Das muss ich vielleicht schnell noch loswerden. Ich hab so ein lustigen... Lustige... Das waren drei, drei oder vier Kommentare, äh... von bei meinem Watchdogs-Videos, und da hat der geschrieben, der... ein R, glaub ich. Ich weiß es ja. Ist auch wurscht. Ähm... Entschuldigung. Alles, da muss ich husten. Alles in Großschreibung, Großbuchstaben. Ohne Punkt, ohne Komma. Auch eine zweifelhafte Grammatik-Rechtschreibung. Äh... Ich soll, äh, ein anderes Mikrofon kaufen. Und was noch? Äh... Und leiser sprechen. Ja, komm, ich... Das hier hat, äh... Und, was soll ich... Ich soll die Sitara nicht anmeckern. Hahaha. Das ist so lieb, süß. Das ist ein Sitara-Fan wahrscheinlich. Die Tante mit den Socken. Die mit den verbotenen Socken. Die soll ich nicht anmeckern. Ja, äh, hat der Typ vielleicht gemerkt, dass ich meine Watchdogs-Videos schon seit zwei Wochen abgeschlossen hab. Also, ich werd die bestimmt nicht mehr anmeckern, weil ich das nicht nochmal spiel. Der Logik. Das ist Logik, weißt du. Also, äh... Ich meckere die bestimmt nicht mehr an, weil ich spiel das nicht mehr, das Spiel. Bin schon fertig damit, äh, Kollege. Also, ich meckere die nicht mehr an. Garantiert nicht mehr, weil ich spiel das ein Drecks. Spielen nicht mehr. Gut. Also, und was... Irgendwas hat er noch geschrieben. Naja, wollen wir es gar nicht mehr wissen. Das brauchen wir auch gar nichts mehr antworten, oder? Äh, was haben wir denn da? Tunen, tunen, tunen. Äh, das blinkt jetzt. Das kann ich noch tunen, oder wie? Ne. Das kann ich noch tunen. Hä? Tm... Ach, was ist ein TMP? Ach, das ist meine Utzi. Ach, die tune ich jetzt. Jetzt kommen, hau rein. Äh, das kann man... Das kann man... Ja. Ja, Katsappi-T. Ja. Äh, 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 jetzt haben wir das getunt. Kann man nichts mehr tun. TMP. Äh, was heißt denn TMP? Trance-Mini-Pistol. Äh, Mini-Pistole. Äh, eine halb-vollautomatische Maschinenpistol. Trance-Maschinenpistol. Äh, gut. Das Anteil, das ist sonst nichts mehr. Gut. Ja, ja. Kaufen haben wir nicht. Verkaufen. Na, brauchen wir nicht. Verkaufen. Huch. Ah, ne. Gut. Jetzt möchte ich speichern. Oh, jetzt geht's da raus, oder? Jetzt sollten wir eigentlich zurück und speichern, weil sonst kacke ich. Ich kacke hier ab. Komm. Jetzt gehen wir zurück zum speichern. Ich hab... Und weil ich sowieso... Weil ich sowieso, äh, Video aufhören muss. Jetzt gehen wir zurück und speichern. Genau. Da haben wir alles, oder? Das ist aber nix mehr da im Wasser, oder? Das da, da kann man nix nehmen. Und oben haben wir alles. Ah, ne. Da muss man... Jetzt speichern wir nochmal und dann machen wir Pause, gell, Freunde? Kann man da wieder raus, oder? Speichern. Ja, komm. Jetzt speichern wir nochmal. Aha, das war das Ding. Öffnen. Jetzt speichern wir nochmal. Komm her, speichern. Einfach da jetzt nochmal drüber, oder? Überschreiben, ja. Genau. So, jetzt machen wir Pause. Oh, jetzt haben wir schon wieder 34 Minuten gespielt. Gut. Speichern war voll gleich. So, jetzt schalte ich aus, Freunde. Und dann geht's gleich weiter, gell. Also, tschüss, bis gleich. Washer ist folgendes, bis gleich. Ich bin... Ich bin... Ich bin...